Nachdenkseiten Die kritische Website Sind die Nachdenkseiten jugendgefährdend? Von Jens Berger Staatliche Zensur und private Filtermaßnahmen zur Kontrolle des Informationsflusses im Internet sind große Probleme für die Informations- und Meinungsfreiheit. Besonders problematisch ist es, wenn die Filterung unsichtbar im Hintergrund geschieht, politisch motiviert ist und dem Nutzer nicht einmal klar ist, dass, geschweige denn warum, ihm bestimmte Internetangebote vorenthalten werden. Ein aktueller Fall dieser unsichtbaren politischen Filterung wurde uns von einem unserer Leser mitgeteilt. Im konkreten Fall geht es um einen freien Werbe- und Tracking-Blocker, dessen Filterlisten von Freiwilligen gepflegt werden. Seit dem letzten Update einer in Deutschland offenbar weit verbreiteten Filterliste finden sich dort die Nachdenkseiten auf der Liste jugendgefährdeter Inhalte und können von Nutzern, die den Jugendschutz aktiviert haben, nicht mehr aufgerufen werden. Ein klarer Fall von politischer Filterung durch die Hintertür des Jugendschutzes. Es ist verständlich, dass viele erfahrene Internetnutzer sich ungern von Dritten ausspionieren lassen wollen und keine Lust auf unerwünschte, nervige Werbung haben. Wer die dafür nötigen Computer- und Netzwerkkentnisse hat, kann sich davor mit einem Tracking- und Werbeblocker schützen. Ein solches Programm ist das freie Phi-Hole, das auf Kleinstcomputern der Raspberry Pi-Serie läuft, die man ins heimische Netzwerk integriert, von wo aus sie den Internetverkehr aller im Netzwerk befindlichen Rechner und Smartphones filtern. Die Technik als solche ist sicher sinnvoll. Leider gibt es jedoch das Problem, dass solche Techniken nur dann funktionieren, wenn die dafür nötigen Filterlisten, also die schwarzen Listen mit unerwünschten Internetadressen, regelmäßig gepflegt werden. Für Phi-Hole erledigen das verschiedene Communities von Freiwilligen diese Ausgabe. In Deutschland recht verbreitet ist dafür die RPI-List. Auch der Leser, der uns auf das Problem aufmerksam gemacht hat, ist Nutzer dieser RPI-List. Was ist geschehen? Eine der Listen, die von RPI-List gepflegt wird, ist die sogenannte Child Protection-Liste, eine sehr lange Liste von Internetadressen, die jugendgefährdende Inhalte anbieten, von denen die Eltern ihren Nachwuchs lieber fernhalten wollen. So weit, so gut. Doch seit dem letzten Update dieser Liste tauchen dort neben anderen alternativen Medien auch die Nachdenkseiten auf. Sind die Nachdenkseiten etwa jugendgefährdend? Diese Einordnung wäre dann doch überraschend. Wie sind die Nachdenkseiten dann auf dieser Liste gelandet? Die RPI-List-Community gibt in einer Art FAQ-Auskunft über die Herkunft der Daten. So werden die allermeisten Einträge von anderen, meist internationalen Filterlisten, übernommen. Überflüssig zu erwähnen, dass dort die Nachdenkseiten nicht auftauchen. Am Ende der FAQs steht jedoch noch der Hinweis, dass Einträge auch durch viele Einsendungen per Mail kommen. Ob das stimmt, ist offen. Wenn man sich Diskussionen der Community so anschaut, sieht es vielmehr so aus, als seien die Verantwortlichen von einer politischen Agenda getrieben. So hat RPI-List im Sommer 2023 eine zusätzliche Filterliste mit dem Namen Supporting Russia aufgesetzt, mit der die Internetadressen von Firmen blockiert werden, die Geschäfte mit Russland machen. Dazu kann man ja stehen, wie man will, da diese Liste zumindest mit offenen Karten spielt und jeder Nutzer selbst entscheiden kann, ob er sie nutzen will oder nicht. Bei der Child Protection Liste ist dies jedoch anders. Wer rechnet schon damit, dass sich auf dieser Liste Einträge von Medien befinden, deren Angebot offenbar den RPI-List-Verantwortlichen nicht gefällt? Das ist politische Filterung durch die Hintertür und eine Bevormundung der Nutzer. Man will die politische Debatte im eigenen Sinn steuern und nicht genehme Informationen blockieren. Das widerspricht dem Gedanken der Informationsfreiheit, der eigentlich gerade bei Machern freier Software ja sehr populär ist, diametral. Natürlich steht es den Machern und den Nutzern von RPI-List frei, nach dem Motto der drei Affen lieber nichts, das nicht in das eigene Weltbild passt, zu sehen, zu hören und zu sagen. Aber man sollte dann mit offenen Karten spielen und politisch unerwünschte Inhalte nicht unter dem falschen Deckmantel des Jugendschutzes, sondern offen als nicht meiner Meinung entsprechend deklarieren. Dann könnte jeder Nutzer selbst entscheiden, ob auch er Inhalte gefiltert haben will, die nicht der Meinung der RPI-List-Verantwortlichen entsprechen. Wer die Nachdenkseiten schon sehr lange verfolgt, wird hier vielleicht eine Art Déjà-vu haben. 2009 gab es schon mal einen solchen Fall. Damals tauchten die Nachdenkseiten und andere alternative Medien unerklärlicherweise im Jugendschutzfilter Justproc aus. Ich berichtete damals noch für Telepolis davon und führte ein Interview mit dem Justproc-Chef. Justproc gibt es zwar immer noch, aber mittlerweile hat die Staatliche Kommission für Jugendschutzmedien diesem Programm die Zulassung entzogen. Vergleichbar sind die beiden Fälle aber nur indirekt. Waren bei Justproc vor allem wild gewordene Algorithmen für das Overblocking verantwortlich, steht bei RPI-List ganz offensichtlich eine politische Agenda hinter der Filterung politisch nicht genehmer Internetseiten. So haben sich die Zeiten geändert. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Ich bin jetzt in der撒 und dann hoffe ich den Kommentar, Vielen Dank.